Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Kingdoms and Castles. Das wird jetzt das neue Side-Projekt. Hm, das sieht jetzt mal was aus. So, am besten vielleicht hier. Ne, da ist Stein zu weit weg. Ne, hier ist Stein. So. 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 So, jetzt haben wir wieder etwas Platz. Hier müssen wir auf jeden Fall hin kommen. So, jetzt werden Leute kommen. So, jetzt kommen wir mal an. 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 So, jetzt sind wieder zwei dazugekommen. Ach, die bauen das schon. So, jetzt kommen wir mal an. 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 Ja, jetzt kommen wir mal an. So müssen wir hier ein Müller sein. Und wieder zwei dazugekommen. Können sich gleich auf die Felder schmeißen dann. Können sich gleich auf die Felder schmeißen. Und hier sind Steine. Und zwei weitere Häuser. Da muss nur einer dazugekommen. Ach er ist Lagerarbeiter. So, so. 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 Das ist doch interessant, wird mal. Jawohl, vier sind dazugekommen. Aber, geht doch. Es geht ein bisschen was weiter. Ich sage mal, die da glücklich sind. Eine kleine Insel. Ich sage mal, die da glücklich sind. Das passt schon. Doch, schon wieder fertig. Und wieder sind vier dazu gekommen. Ich sage mal, die glücklich sind. 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 Und wieder sind vier dazu gekommen. Ich sage mal, die glücklich sind. Ich sage mal, die glücklich sind. Ich sage mal, die glücklich sind. Bis zum nächsten Mal. 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 Hmm. Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao. Bis zum nächsten Mal.